Der «How to Real Estate» Podcast mit Robert Plantag und Michael Meier, präsentiert von Crowdhouse. Guten Morgen und herzlich willkommen beim «How to Real Estate» Podcast. Mein Name ist Michael Meier, schön, sind Sie dabei. Und wie immer begrüsse ich gegenüber mir, der Crowdhouse-CEO Robert Plantag. Schön, bist du dabei. Schönen guten Morgen. Wir reden heute über das Thema «Off-Market-Deals». Der «How to Real Estate» Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und auf YouTube. Off-Market-Deals. Deutsch gesagt, Immobilien-Deals, die unter der Hand gehen. Man hört immer wieder sehr viele Käufer, die sagen, ich kaufe ausschliesslich Off-Market. Es gibt auch sehr viele Verkäufer, die sagen, ich verkaufe ausschliesslich Off-Market. Zwei Fragen. Erstens, was versteht man unter einem Off-Market-Deal? Und zweitens, gibt es so etwas überhaupt, wenn man es mal genau anschaut? Ja, Off-Market-Deals sind der heilige Graal von der Immobilienbranche. So wird darüber gesprochen. Man hat das Gefühl, wenn etwas als Off-Market abgerissen ist, dann muss das ja viel besser sein, als etwas auf dem Markt ist. Und darum wird das auch häufig missbraucht, indem man etwas als Off-Market bezeichnet, weil es einfach Schrott ist. Und so simuliert man eine gewisse Attraktivität, aber ja, im Grundsatz muss man es dir eigentlich so vorstellen, dass, wenn du halt etwas auf dem Markt hast, respektive ein Immobilien auf dem Markt ist, bedeutet vielleicht, sie ist mal inseriert, bei Homegate, oder ein Makler hat dich ein wenig gestreut oder noch viel schlimmer, was übrigens auch passiert, ein Makler hat das Mandat und zehn andere Makler streut das Dossier auch noch rum. Ja, wie passiert das? Ist das wirklich so, dass ein Makler ohne Absprache sagt, okay, da ist eine Immobilie rum und dann quasi sagt, du, schau mal, ich hätte dir das eigentlich angeboten, oder quasi versucht, ein Kaufinteresse zu generieren und sobald das Kaufinteresse erst dann hat, dann versucht er eigentlich auch noch den Deal rüberzukommen, so durch die Hintertür oder so. Klassische Trip-Rap-Fahrer, also du hast dir eigentlich, oder du als Makler bist unterwegs, hast vielleicht kein Mandat, bist du am Rande von der Verzweiflung, oder auch nicht, und dann kommst du ein Dossier über und sagst, oh, ich habe da ein paar Kunden in der Datenbank, nimmst du also das PDF-Dossier, haust das Logo weg und knallst dein Logo drauf und dann schickst du es denen Kunden. Du hast, in gewissen Fällen hast du Kontakt zu einem anderen Makler, der das Mandat wirklich hat, es gibt auch Fälle, wo die sich absprechen und sagen, hey, schau, hilf mir das Verkaufen, ich habe vielleicht keinen Kunden für das, und wir teilen eine Provision auf, oder ein Kommandat oder was auch immer, das gibt es auch. Aber es gibt es wirklich auch häufig, dass das gar nicht der Fall ist, und jetzt träge ich jetzt mal den Hut von dem Makler, der da sein Logo drauf geknallt hat, jetzt so verriere ich das den Kraras, Kraras bekommt das, oder, hätten wir jetzt nicht so eine gute Datenbank, wo wir gesehen hätten, dass das schon uns einen anderen Makler anbaut hat, hätten wir gesagt, oh, oh, spannend, oder, hätten dann den Makler kontaktiert, in der Regel bringen die dann sehr interessante Geschichten, warum man nicht direkt mit dem Eigentümer reden kann und alles über sie geht, und dann weisst du meistens schon, okay, das ist gut, hätte keinen Kontakt zum Eigentümer. Ja, und das Ziel von dem Makler ist natürlich, probiere dich zu motivieren, und irgendwann dann Kontakt aufnehmen, entweder mit dem anderen Makler oder mit dem Eigentümer, wenn du vielleicht schon das Kaufinteresse abgegeben hast, und sagen, hey, schau, ich habe einen, und lass uns einen Deal einliefern, oder? Und das Blöde an dieser Sache ist, für den Makler ist das opportunistisch, oder? Der macht das vielleicht zehnmal und eins, zweimal klappt es, und der sagt sich, ja, das reicht mir. Für den Käufer ist es natürlich extrem blöd, weil du machst einen riesigen Aufwand, und du prüfst das Objekt und alles, und am Schluss kann der Makler gar nichts entscheiden, hat eigentlich gar nichts damit zu tun, hat den Kontakt zum Eigentümer nicht, und er probiert das dann dort irgendwie durchbringen, sagt dir aber nichts, und eben, wie gesagt, einmal von zehn Fällen passiert es vielleicht, dass der andere Makler einlenkt, und sagt, ja, so gut, gib mir das Angebot, ich erreiche das dem Eigentümer weiter, aber in den meisten Fällen gibt es dann eine Ablehnung, oder es funktioniert nicht, und später findest du dann raus, der hat gar nie ein Mandat gehabt, und bist dann enttäuscht, und es ist einfach schade, weil es geht halt viel Luft verloren. Und auf den Verkäuferseiten natürlich auch mega frustrierend, weil wenn ich natürlich, oder ich bin Eigentümer, ganz zu dir als Makler, eigentlich, oder sage, ja, ich will das möglichst diskret verkaufen, und auf einmal wird das natürlich über die Enstikkanäle verteilt, ohne dass ich da irgendeinen Einfluss habe. Korrekt, also es gibt eigentlich viel mehr Verlierer, als es Günner gibt, der einzig mögliche Gewinner ist der trittbrettfahrende Makler dazwischen, der, wenn er Glück hat, irgendwie noch ein bisschen Geld bekommt, aber auf jeden Fall, du als Käufer interessant verlierst, der richtige Makler verliert, weil natürlich, umso mehr, dass ein Dossier überall gestreut wird von diversen Maklern, nimmt das Attraktivität weg. Weil, wie wir, haben die anderen auch Datenbanken. Und da siehst du, wie kommt der gleiche Teil von drei Maklern rüber, was automatisch die Professionalität und Seriosität vom Angebot schmälert, und auch die wahrgenommene Attraktivität, weil das ist jetzt schon gestreut worden, was will ich jetzt da machen? Und das heisst, auch der Eigentümer, respektive der Verkäufer, der verliert, weil der kann gar nichts dafür, oder? Und plötzlich ist sein Angebot inflationär, niemand will es an, obwohl es vielleicht ein guter Deal ist. Und darum ist das eigentlich schade und etwas, was man sollte unterbinden und auch etwas, was wir so auf unserer Plattform vorgesehen haben. Wir haben ja bei uns, wir arbeiten ja mit Maklern zusammen, das heisst, bei uns auf dem Kraras-Marktplatz können ja Makler ihre Objekte insofern publizieren und dort transaktionieren. Und die können das eben nicht einfach so machen, wie bei Homegate, indem sie das einfach rüberladen, sondern bevor wir eigentlich das Inserab freischalten, muss der Makler unseren Maklervertrag offenlegen, dass wir auch wirklich sehen, der ist beauftragt vom Eigentümer oder irgendwie eine Bestätigung bringen direkt vom Eigentümer, dass er das darf, dass er das kann. Und erst dann schalten wir es um, somit, dass wir eigentlich den Käuferinteressenten, die bei uns auf der Plattform registriert sind, einen viel höheren Qualitätsstandort können bieten im Sinne von, hey, look, wir haben es schon überprüft, der hat das Mandat wirklich. Du hast gesagt, Crowdhouse versucht, dort wirklich digitale Lösungen zu bieten, zumal unabhängig von Crowdhouse, wenn man die beiden Situationen anschaut, oder ich als Käufer komme so ein Angebot auf den Tisch, bin mir vielleicht nicht ganz sicher, hey, lohnt sich da der Aufwand? Was ist so ein Tipp, den man in so einem Fall als Käufer machen kann, um wirklich zu verifizieren, hey, wenn ich da wirklich Aufwand investiere, habe ich auch wirklich Zugang zu dem Objekt? Jawohl, zuerst eine gute Liste für einen seriösen Makler. Das heisst, wenn du das erste Mal von einem Makler kontaktiert wirst, sicher nachfragen, soll er eine Bestätigung bringen, dass er effektiv mandatiert ist oder eine Bestätigung vom Eigentümer, dass er das darf. Und dann, wenn du mehrmals schlechte Erfahrungen machst, die irgendwann anfangen, bei dir blacklisten und sagen, egal was von dem Makler kommt, ich schaue es gar nicht mehr an. Und entsprechend auch eine Whitelist führen von guten Maklern, die seriös sind, die weiss, die machen das nicht, und dort halt dann die Zusammenarbeit intensivieren. Und darum zuerst einfach mal vorsichtig sein, wenn ein Angebot kommt von einem Makler, den du nicht kennst oder keinen Erfahrungswert hast. Gibt es auf der Käufenseite etwas, was man machen kann, wenn man merkt, hey, da geht irgendjemand hausieren mit meinem Angebot, irgendwelche rechtlichen Schritte, die man eventuell prüfen könnte, oder würde es etwas nützen, wenn man so etwas weiss, einfach auch mal allein schon das Telefon in die Hand und sagen, hey, schau, ich weiss, dass das heute ist, es nützt nichts? Ja, also man kann das natürlich machen, ich weiss nicht, ob man rechtlich wirklich dagegen etwas machen kann, weil es passiert wirklich viel, aber sicher, ja, E-Mail, Abmahn, Schreiben, das Telefon, einfach sagen, hey, du hast kein Mandat, und egal was du machst, du wirst den Zuschlag nicht bekommen, nimm das weg, oder es folgen juristische Schritte, die dir sicher etwas, was bringt, was helfen kann. Und auch bei uns auf der technologischen Seite, wir haben ja letztes Mal eine Folge aufgenommen zum Thema NFTs, und eben eine von diesen Use Cases oder Nutzungsvarianten von der NFT, und das NFT macht ja für die, die den Podcast nicht gesehen haben, nichts anderes als eigentlich, es ist eigentlich ein Zertifikat, wo die Echtheit von etwas bestätigt, und in diese Richtung soll es auch bei uns in Kratos weiterhin gehen, oder dass, wenn wir quasi eine quietlistete Makler haben, oder Makler, wo wir das Mandatsverhältnis vertraglich überprüft haben, dass man eben theoretisch könnte, ein solches Zertifikat, sei es jetzt ein reguläres Crowdhouse-Zertifikat, oder in Form von einer NFT, ausstellen, dass, wenn du das bekommst, als Käuferinteressent, kannst du jeweils validieren, okay, ist das ein seriöses Angebot, und die Hoffnung ist natürlich, dass sich das irgendwann als Standard auf dem Markt durchsetzt, dass man sagt, wenn ich Häuser bekomme, die nicht irgendwie authentifiziert sind, mit was auch immer für einem Zertifikat, oder mit einem standardisierten Zertifikat, wie zum Beispiel von Crowdhouse, schaue ich es gar nicht an, das heisst, du sparst dir den Aufwand. Wird also bedeuten, die Makler können noch so ihr Logo auf ein PDF klatschen, wenn dort nicht irgendein QR-Code hinterlegt ist, der auf der Blockchain bestätigt, dass die ein Mandat haben, kann es eigentlich gerade getrost ignorieren. Und ich glaube, das würde viel helfen, dass wir auch ein bisschen deren Inflation dann auf dem Markt entgegenkämpfen, weil, auch wenn du dann das Angebot fünfmal bekommst, siehst du, das Angebot scheint ja eigentlich zu interessant zu sein, wenn ich vier weitere Makler habe, die drei Präpe fahren wollen. Ich habe also nicht mehr die Perception oder die Auffassung, dass das Angebot schlecht ist, weil ich es von fünf Maklern bekommen will. Das Erste, was du natürlich denkst, ist, wenn es fünf Makler haben, hat er es nicht weggebracht und er hat mir das Mandat noch viel mehr Leute geben, damit er die Immobilie wegbringt. Das ist dein erster Gedanke. Dein erster Gedanke ist nicht, das sind fünf Tripradfahrer. Erst wenn du dann dahinter schaust und den Aufwand machst du dann nicht. und so könnte man dem eigentlich entgegenwirken. Aus dieser Perspektive versteht man natürlich auch das Bedürfnis, einen Deal Off-Market anzubieten, vor allem aufs Verkäuferseite, weil man genau weiss, je länger meine Immobilie kursiert, desto schlechter ist das für die Reputation und das wirkt sich direkt auf den Preis auf. Richtig. Und jetzt musst du Folgendes überlegen. Wenn du es genau anschaut, für einen Verkäufer ist Off-Market per se nicht gut. Off-Market, wenn man es quasi richtig macht, bedeutet, dass man entweder selber die drei, vier Leute angeht, die man kennt mit dieser Liegenschaft oder dass man wirklich einen Makler des Vertrauens beauftragt und sagt, du lieber Makler, ich gebe dir das nur frei, dass du das maximal fünf Leute schicken und bevor es schickst, will ich das validieren. So. Jetzt hilft das, das erste Problem bekämpfen. Sehr wahrscheinlich. Aber es reduziert auch deine Verkaufschancen und es reduziert auch einen richtig guten Marktpreis zu bekommen. Weil erstens hast du nicht die gleiche, sorry für die Anglizismen heute, aber du hast nicht die gleiche Comparative Pressure. Das heisst, du hast nicht genug, wie soll ich sagen, du lässt nicht genug den Markt spielen. Oder wenn du heute eine Aktie verkaufen willst, bist du ja auch froh, dass die Börse extrem viel Volumen hat und du das nicht irgendwo ausserbörslich musst handeln, weil vergiss es, oder? Und vergiss es, dass du dort die gleiche Effizienz vom Preis realisierst. Das heisst, eigentlich unser Ziel bei Cradas ist folgendes. Wir wollen das erste Problem lösen mit einer Zertifizierung. Das heisst, das Problem ist dann nicht mehr. Das heisst, auch wenn es dann online ist, kann jeder Interessent validieren, ist das echt ein Angebot. Und das Zweite, was wir machen wollen, ist, wir wollen eigentlich exponentiell viele Interessenten das Angebot zeigen können, damit du als Eigentümer den Markt spielen lassen kannst. Das heisst aber nicht, dass wir es inflationär überall publizieren wollen. Das heisst, wir glauben sehr stark, dass es nichts bringt, der Liegenschaft auf Homegate zu inserieren, auch wenn die einen extrem hohen Traffic auf den Webseiten haben. Die haben ja, ich weiss nicht, wie viele hunderttausende tägliche Nutzer, die auf Homegate gehen. Das heisst, ja, du hast quasi den Reach, du hast die Reichweite. Aber, wie gesagt, es ist dann inflationär, weil von diesen hunderttausenden Leuten darauf sind vielleicht am Schluss gleich nur 20, die es effektiv vermögen. Und darum haben wir uns bei Crados eigentlich entschieden, strategisch einen anderen Weg zu fahren. Reden wir doch darüber. Einfach nochmal kurz zum Zusammenfassen, dass wir den Ausgangspunkt haben, das Off-Market-Bedürfnis von Verkäuferseiten ist Diskretion. Und wenn ich es richtig verstanden habe, auf Käuferseiten, ist, ich will Off-Market-Deals kaufen, heisst eigentlich, ich will Deals in einem Stadium kaufen, wo ich eben nicht so viel Konkurrenz habe, weil das wahrscheinlich preislich für mich dann einen eventuellen Vorteil gibt. Ja, und irgendwie geht es eben auch um die Wahrnehmung, wo du das Gefühl hast, wenn nur ich es bekommen habe, muss es etwas Spezielles sein, oder? Und ich glaube, das ist eine falsche Wahrnehmung, weil das ist es nicht. Also es ist nicht etwas Spezielles, wenn es nur du bekommst. Und wenn dir der Makler oder der Eigentümer sagt, ich habe es nur reingeschickt, gehe davon aus, dass ich 9,9 von 10 Fällen nicht stimme, weil er will sich ja auch nicht nur auf einen müssen verlassen. Genau. Also du ausgangslagst, du hast auf der einen Seite Off-Market ein Bedürfnis und du als CEO von Crowdhouse betreibst aber eine Firma, die einen Marktplatz hat. Online. Online Marktplatz hat, genau. Das sind ja im ersten Moment, wenn man das anschaut, sind das zwei Sachen, die stehen sich ja eigentlich diametral gegenüber. Wie ist jetzt der Ansatz von Crowdhouse, um genau die zwei Sachen eigentlich zu kombinieren? Also quasi ein Online-Offline-Angebot zu schaffen, wenn man so will. Sehr gut. Bei uns intern nennen wir die Strategie Online-Off-Market. Okay? Gut, warum machen wir das? Wir nutzen die Stärke vom Internet und Stärke vom Internet ist ja insbesondere Reichweite und Transparenz und Zugänglichkeit. Wir nutzen die Stärke, indem die Liegenschaften auf unserer Webplattform verfügbar sind. Jetzt aber, einerseits sind die Deals zertifiziert, das heisst, du wirst das Problem, das ich dir vorher gesagt habe, nicht haben. Das heisst, wenn du etwas bei uns siehst, weisst, Cradas hat das manuell mit personellen Ressourcen validiert. Das ist das Erste, was du hast. Das ist ein Qualitätsmerkmal. Auf der anderen Seite gibt es ja weitere zwei, drei Sachen bei uns intern. Das sind unsere Cradas Suchprofil, die Online-Suchprofil und unsere sogenannte Matching-Algorithmus. Das heisst, wenn du dich bei uns registrierst, respektive wenn du bei uns ein Profil hast, ist das schon mal die erste Hürde, damit du überhaupt nur eine Liegenschaft siehst, musst du dich registrieren. Wenn du dich registrierst, wirst du von uns kontaktiert, zwecks Identifikation. Das heisst, wenn du dich als Michael Mayer bei uns registrierst, kannst du nicht einfach einen Geisteraccount haben, dich gibt es nicht, sondern wir rufen dir an, wir wollen später deine ID-Kopie haben, wir wollen validieren, bist du wirklich Michael Mayer. Das heisst, die Eintrittsschwelle ist nun schon mal viel höher, als jetzt bei einem Homegate, wo einfach alles siehst. Punkt zwei, du musst bei uns ein Käuferprofil anlegen, wo du uns ganz genau sagst, was du suchst. Wir haben einen Algorithmus entwickelt, wo dann deine Kriterien eigentlich abgelegt mit den Kriterien von der Liegenschaft. Das heisst, wir zeigen dir nur die Liegenschaften, wo du wirklich auch suchst. Jetzt haben wir also schon mal zwei Qualitätskriterien. Erstens, wir wissen, wer du bist, du bist identifiziert. Zweitens, wir zeigen dir nicht alle Immobilien auf dem Markt, wir zeigen dir nur die, wo du wirklich suchst. Und der dritte Punkt geht sogar so weit, dass wir sagen, Michael, wenn du deine Chance erhöhen willst, ein neues Angebot zu bekommen bei uns auf Crowdhouse, musst du sogar uns belegen, dass du das finanziell vermagst. Das kann eine Bestätigung von deiner Bank sein, ein Finanzierungsnachweis, was auch immer. Das heisst, wir zeigen dir nur Häuser, wo du finanziell auch wirklich kannst kaufen. Und jetzt kommt das Coole. Nichtsdestotrotz wären zärtige Leute wie du, die so eine Liegenschaft suchen und finanziell vermögen. Das wären nicht nur drei Leute bei uns, sondern es wären bei uns wahrscheinlich 200-300 Leute. Aber alle diese 300 Leute haben wir identifiziert. Wir wissen, dass sie das Geld haben. Wir wissen, sie suchen das. Das ist eigentlich eine ideale Ausgangslage für mich als Verkäufer. Weil ich habe Zugang auf 300 potenzielle Interessenten, ich kann also den Markt spielen lassen. Gleichzeitig weiss ich, und wir haben ja, was sind es mittlerweile, über 60'000 registrierte Nutzer, bei Cradas, weiss ich, dass meine Liegenschaft nur von 300 Leuten gesehen wird und nicht von 60'000 Leuten oder von mehreren hunderttausend Leuten, wie jetzt zum Beispiel auf Home geht. Das heisst, ich habe irgendwo durch die Diskretion vom Off-Market, nur seriöse und validierte, Interessenten gesehen, und mein Haus, ich nutze aber trotzdem die exponentielle Reichweite vom Internet, um den Preis zu maximieren und das ist genau unsere Strategie, die wir verfolgen. Heisst, um das mal ein bisschen konkret am Beispiel Käufer durchzugehen, dass ich rechnen muss, wenn ich auf Crowdhouse gehe und denke, okay, ich gehe da mal schauen und ich mache jetzt das Profil und sage, und dann kommt jemand und rufen wir an oder fragt mich, hey, gib mir dieses Profil an und ich sage, nein, das will ich eigentlich nicht, ich will ein bisschen schauen. Dass das im Endeffekt dann schlussendlich bedeutet, okay, wenn ich nicht bereit bin, quasi mein Profil knäuer zu definieren, dass ich dann halt einfach weniger oder mitunter gar keine Immobilien mehr sehe früher oder später. Absolut, absolut, dann wirst du früher oder später bei uns unqualifiziert und wir werden keine Liegenschaften mehr zeigen und der Grund ist ja einfach, wir wollen die Interessen nicht nur von dir Waren als möglichen Käufer, indem wir dir nur qualifizierte Liegenschaften zeigen, wir wollen auch die Interessen vom Verkäufer Waren und wenn du nicht bereit bist, die Angaben zu machen, die wir brauchen, um Käuferinteressenten zu waren, musst du früher oder später davon ausgehen, dass du unqualifiziert wirst, sie bei uns und keine Liegenschaften siehst. Und eine gute Analogie ist ja mittlerweile auch im Banking. Du hast ein KYC-Formular, das du ausfüllen musst, die Bank fragt dich über die Mittelherkunft und es geht ja darum, man will irgendwo durch einen gewissen Qualitätsstandard haben. Das ist bei uns genau das Gleiche. Das heisst, wir haben ein Gut, das sehr nachgefragt ist, Rendite-Legenschaften, wo es potenziell deutlich mehr Leute haben, die kaufen, als verkaufen wollen. Und darum glauben wir daran, dass wenn du raus willst stechen, aus der Masse von diesen vielen Käufern, sollst du etwas dafür tun und wir bieten dir Plattformen für das. Dafür hast du aber auch wirklich realistische Chancen, deine Wunschimmobilie bei uns zu finden und dann auch den Zuschlag zu bekommen. Weil, schau zum Beispiel abrunden, umso mehr Informationen du gibst, umso höher wird eigentlich dein Ranking oder wie sagt man, deine Einschätzung auf der Plattform, also eigentlich wie eine Bewertung auf Google-Rezessionen und das sieht der Verkäufer. Das heisst, der sagt sich, hey, Michael Mayer hat alle Validierungsschritte gemacht, hat vielleicht einen guten Track Record, hat schon zwei, drei Deals erfolgreich gemacht und jetzt der Michael Mayer mitbietet, nämlich den Michael Mayer, weil der gibt mir die höchste Transaktionssicherheit. Aber das Vergleicht ist das ja eigentlich gar nicht so weit weg von dem, was Uber macht mit den Bewertungen von den Fahrern und von den Passagieren. Weil, wenn ich zum Beispiel als Uber-Nutzer endlos Taxis bestelle, aber dann immer kurz davor eigentlich sage, nein, ich cancel es wieder, dann geht mein Rating runter, weil die sagen, hey, look, der hat eigentlich gar kein echtes Beförderungsinteresse, wenn man so sagt. Gleichzeitig, wenn ich als Fahrer keine gute Dienstleistung bringe, nicht vertrauenswürdig bin, geht auch mein Rating runter, weil natürlich Leute wissen, das klappt einfach nicht mit dem. Heisst eigentlich im Endkehrschluss, Crowdhouse, und das meine ich absolut im positiven Sinn, Crowdhouse ist nicht eine Immobilienplattform für jedermann, so wie es vielleicht Homegate oder Immo Scout ist, Crowdhouse ist schlussendlich eine Immobilienplattform von Leuten, die ein verifiziertes und echtes Verkaufs- oder Kaufinteresse sind. Absolut richtig, also es geht um Qualität und nicht um Quantität bei uns und genau das ist ja spannend, zum Beispiel, du hast es vorhin schön erwähnt, oder die Analogie zu Uber, wo du sagst, wenn einer ständig Ubers bestellt und besoffen ist oder übelst betrunken und er bricht in den Autos oder was auch immer, dann müssen doch das die anderen Fahrer sehen und sagen, hey, schau, das ist ein Gast, den ich vielleicht nicht so gerne mitnehme. Und bei uns ist das Gleiche, wenn du hast gewisse Qualitätsmerkmale, das heisst, jetzt sind wir jetzt gerade der Radentwicklung, wo wir versuchen zu verhalten, Verkäufer wie auch Verkäufer auf unserer Plattform zu bewerten. Das heisst, wenn du jetzt jemand bist, der zehnmal eine Besichtigung anfragt und achtmal nicht auftaucht und das gibt es, Leute, die eine Stunde vorher absagen oder gar nicht absagen und wir bekommen diese Rückmeldung über vom Verkäufer, dass er sagt, du, der hat es angefragt, der ist aber nicht auftaucht, dann bekommst du schlechteres Rating bei uns, also kannst du davon ausgehen, wenn du wieder mal eine Besichtigung anfragen willst, bekommst du wahrscheinlich eine Absage bis zu deinem Verhalten wieder ändern ist. Wenn man jetzt die Unternehmensgeschichte von Crowdhouse anschaut, dann bedeutet die Erschrift und du hast gesagt, das ist etwas, das ein Hauptfokus momentan liegt. Das Entwicklerteam von Crowdhouse sind auch mit Abstand die grösste Abteilung, 50 bis 60 Leute, wenn ich nicht falsch schliege. In dem Fall hat sich Crowdhouse und das ist, also ich weiss es, aber ich stelle jetzt die Frage einfach in den Raum, muss man sagen, ist heute nur in erster Linie ein Immobilienunternehmen, sondern eigentlich ein Softwareunternehmen. Das ist richtig. Also wenn wir angefangen haben, sind wir eigentlich ein Unternehmen mit sehr hoher und starker Immobilienkompetenz und ein bisschen Technologienverständnis hat sich dann entwickelt zu wir sind eine Immobilienfirma und wir sind eine Technologiefirma und die Zukunft ist eigentlich, wir sind eine Technologiefirma mit einer sehr starken Immobilienkompetenz. Das heisst, der Hauptunterschied ist, wir sind nicht irgendwie eine Agentur, die Software programmiert für Dritte, die auf Auftragsbasis, sondern wir selber sind Immobilienmarktakteure, wir kaufen, verkaufen, vermitteln, finanzieren und gleichzeitig entwickeln wir selber Software. Das heisst, wir sind eigentlich relativ nahe am Puls vom Markt, der Industrie und bauen entsprechende Software so, als würden wir sie für uns selber bauen, um unsere Bedürfnisse auch als Immobilienmarktprofi zu werden. Ich komme da gerne nochmal schnell darauf zurück. Ich habe noch schnell etwas anderes, wir haben Homegate und ImoScout angesprochen, wir haben über diese Plattformen schon vorgekriegt, es geht glaube ich nicht so sehr darum, dass man das auch nochmal richtig versteht, ein Konkurrenzangebot zu diesen Plattformen aufzubauen, weil die Plattformen sind im Markt etabliert und die bieten auch relativ gute Lösungen, wenn es darum geht zum Wohnungen vermieten. Ich glaube, das ist auch der Hauptfokus von diesen Plattformen. Es geht wirklich darum, mit Crowd1 eine Plattform zu bieten, die wirklich Lösungen bringt, die aktuell nicht im Markt existieren. Korrekt, also wir konkurrieren absolut nicht mit Homegate und ImoScout. Wie du schon gesagt hast, wir nutzen die Plattformen selber zum Wohnungen inserieren und das macht auch Sinn, weil zum Wohnungen inserieren brauchst du keinen Off-Market. Die Qualifikation von den Mietinteressenten respektive von der Wohnung passiert dann bilateral zwischen den Verwaltungen respektive Eigentümern und Mieterinteressenten und uns geht es nicht darum, irgendwie Homegate oder ImoScout abzulösen. Die haben absolut ihre Daseinsberechtigung und die machen das wunderbar. Es geht um ein ergänzendes Angebot. Unser Fokus liegt ja ausschliesslich auf Renditelegenschaften. Das heisst, wir auf der Plattform machen keine Mietobjekte, wir machen keine selbstbewohnte Liegenschaften, wir machen ausschliesslich Renditelegenschaften und neben dem, was wir vor miteinander diskutiert haben, neben dem Qualitätsmerkmal und dem Matchmaking, den ich erwähnt habe, ist ein anderes besonderes Merkmal. Ich möchte, dass man das jetzt gleich schnell zusammenfassert, es gibt Crowdus, im Gegensatz, was bietet wirklich Crowdus an den Verkäufen, was auf der bestehenden Plattformen nicht möglich ist, dass wir so ein bisschen Stichwortartig haben. Also ich wiederhole, qualifizierte Käufer, online off-market experience, das heisst, du hast zwar die Reichweite, aber es wird nicht gestreut, beide Seiten werden qualifiziert und der auch noch wichtiger Teil ist, dass wir sogenannte Transaktionsmodule haben. Das heisst, ein Homegate oder ein SimoScout oder ein New Home und wie sie alle heissen, funktionieren relativ simpel. Es ist eigentlich eine Inseratenplattform, also eigentlich eine Werbeplattform, wie eigentlich eine Zeitung, wo du ein Inserat kaufst, mit der Idee, dass jemand das Inserat liest und dich nachher via E-Mail oder Telefon kontaktiert. Das heisst, dann geht es nur darum, mal die Interessente eigentlich die Aufmerksamkeit vom Interessenten bekommen, aber die Transaktion und die weitere Kommunikation passiert dann ausserhalb von diesen Plattformen. Bei uns ist es anders, das heisst, wir haben eigentlich mehrere Schritte. der erste Schritt ist natürlich zuerst die Aufmerksamkeit finden, bei den Interessenten. Aber unsere Module, die wir auf der Plattform haben, sind dazu, dass du eigentlich die ganze Transaktion und Kommunikation, die Sorgfaltsprüfung von der Liegenschaft direkt auf der Plattform machst. Das heisst, du hast einen Datenraum, wo du eigentlich alle Dokumente zur Liegenschaft hast, damit du kannst deine Prüfung vom Objekt machen, du kannst chatten miteinander direkt auf der Plattform, du kannst Besichtigungen anfragen, du kannst Angebote abgeben, sowohl unverbindliche wie auch verbindliche, du kannst eigentlich den Zuschlag erteilen auf der Plattform, alles, alle Module, die wir auf der Plattform haben, zielen darauf ab, dass du gar nicht mehr den Hörer in die Hand nehmen musst, sondern dass du das alles auf der Plattform machen kannst, somit kannst du standardisieren und kannst extrem hohe Effizienz kreieren. Und das, würde ich sagen, stichwortartig zusammengefasst ist der Hauptunterschied. Wir haben es angesprochen, die Transformation von Crowdhouse zu einer Softwarefirma, die heute entwickelt wird, ist mehr oder weniger eine Online-Plattform, die Eigentümer und Makler nutzen können, um ihre Liegenschaft zu verkaufen, die interessierte Käufer nutzen können, um eine Transaktion effektiv abschliessen. Wenn man das ein bisschen weiterdenkt, ist es denkbar, dass irgendwann vielleicht, dass nicht nur der Online-Marktplatz ist, sondern auch die Software an und für sich ein Produkt wird, das, ich sage jetzt mal, professionellere Verkäufer effizient nutzen können. Das hast du relativ gut eingeschätzt. Das ist tatsächlich so, wir haben bis Ende 2019 primär softwaretechnisch an unseren Marktplatz entwickelt, respektive wir entwickelten permanent weiter und so gewisse Werkzeuge, also Software-Werkzeuge, wie eben der Algorithmus für das Matchmaking und so weiter, wo die Plattform den Marktplatz besonders macht. Wir haben dann Ende 2019 entschieden, dass wir das weiterentwickeln wollen und eigentlich anfangen, eine Software zu bauen, wo nicht Marktplatz ist, sondern eigentlich, wo alle die Werkzeuge bietet, die du als Profi brauchst, um die Transaktionen zu managen. Das nennt sich bei uns Crowdhouse Operating System oder Crowdhouse OS oder CROSS ganz kurz genannt. Und das ist eigentlich eine Software, die wir entwickelt haben, um intern unsere Geschäftsabläufe zu machen. Mit dieser Software kannst du zum Beispiel deine Kunden managen, Interessenten managen, kannst du Verteiler managen, zum Beispiel, wen willst du eine Legenschaft schicken oder den Link dazu auf die Plattform. Du kannst Transaktionen managen, Sorgfaltsprüfungen damit machen, Pipeline überprüfen, du hast eine Datenbank für alle Immobilien, die du bekommst. Also du kannst eigentlich ganz viele Sachen machen, die du als Profi brauchst. Und die Software haben wir selber geschrieben, weil wir gesehen haben, es gibt so eine Software nicht auf dem Markt und haben sie eigentlich primär für uns geschrieben, weil wir gesagt haben, wir brauchen die Software. Bis dann haben wir dritte Software benutzt, die eigentlich überhaupt nicht für den Immobilienmarkt bestimmt war und haben die eigentlich komplett umprogrammiert oder sogenannt customized auf unsere Bedürfnisse. Das hat irgendwann ein Limit erreicht, wo es einfach nicht mehr weitergegangen ist und haben auch angefangen unsere eigene Software zu schreiben. Und ich bin grosser Fan von dieser Software, weil dort haben wir absolut freie Hand. Wir sind Künstler, die mit einem weissen Papier starten und wir können die Software so entwickeln, ohne jegliche Grenzen, wie wir sie wirklich brauchen. Und vorher mussten wir nehmen, was da ist und das irgendwie probieren um zu formen, dass es funktioniert für uns. Und die Software ist bei uns schon im Einsatz. sie wird Modul für Modul ausgerollt jetzt dieses Jahr und nächstes Jahr und das Ziel ist, dass wir spätestens nächstes Jahr anfangen, eigentlich die Software zu lizenzieren an andere Immobilienmarktprofis. Das heisst, es ist eigentlich so aufteilt, dass das Cradas OS eigentlich nahtlos mit dem Marktplatz verbunden ist. Das heisst, wenn ich jetzt Makler bin und ich würde dann die Software lizenzieren von Cradas, könnte ich dort zum Beispiel meine Mandate planen, meine Kunden managen, könnte aber gleichzeitig ein Inserat dann auf Cradas schalten und könnte dort darüber dann interessante Angebotbesichtigungen managen, hätte gleichzeitig eine Schnittstelle, wo ich zum Beispiel als Makler den Fortschritt zeigen von der Vermarktung dem Eigentümer, weil in der Regel noch viel Aufwand ist, der Eigentümer rufen ihn an als Makler und sagt er, wo du da bist, wie viele hast du es geschickt und das Ziel ist zum Beispiel, dass der Makler es automatisch integriert hat. Das heisst, es gibt eine Plattform, einen Link, den man einem Eigentümer schicken kann und der Eigentümer kann selber mitverfolgen, wie viele Besichtigungen hat standgefunden, wie viele Angebote, das ist quasi ein Teil von dem Tool. Und das andere ist für andere institutionelle wie auch semi-professionelle private Käufer, dass sie Sorgfaltsprüfung darüber machen können, ihre Pipeline zum Beispiel managen oder was ist reinkommen, was haben wir schon in der Datenbank, was wollen wir weiterverfolgen, was nicht. Und entsprechend, und das ist ja cool, dass sie eigentlich, wenn sie die Angebote bekommen, wie ein Cradas-Marktplatz, können sie sie eigentlich von dort gerade runterziehen und in das System übernehmen und dann zum Beispiel eine Sorgfaltsprüfung starten und das ist ein grosser Teil von der Transformation, die aktuell gerade bei uns läuft. Ich habe die nächste Frage auch in einer vorigen Folge die Mitgründer, Mardia, noch einmal gestellt können. Inwiefern ist das ganze Software-Business, das ihr Cradas gegründet habt, 2015, schon im Hinterkopf herumgeschwirrt oder hat sich das auf dem Weg erst gegeben? Okay. Nein, nein, also eigentlich unsere Passion oder unsere Liebe respektive das grosse Potenzial, das wir im Technologiebereich sehen, ist einer der Haupttreiber gewesen, warum wir Cradas damals gegründet haben. Wir sind ja vorher schon x Jahre in der Immobilienbranche gewesen und haben das damals auch wie alle anderen traditionell und ich sage jetzt mal Anführungsschlusszeichen altmodisch gemacht und haben ja alle die Herausforderungen und ich sage jetzt mal Ineffizienzen ja hautnähe miterlebt und weil wir gesehen haben, was für eine transformative Kraft in der Technologie steckt und wie viele von diesen Problemen, die wir täglich erleben, Entschuldigung, können mit Software gelöst werden. Das ist eigentlich einer von den Hauptmotivatoren schon damals. Das heisst, ja, wir haben es mit dem natürlich im Hinterkopf gegründet, weil wir gesehen, wir wollen ein digitales Angebot haben von Anfang an aber es braucht natürlich seine Zeit bis man die entsprechenden Ressourcen aufbaut entsprechend Kapital zur Verfügung hätte, um auch können so eine grosse Produkte- und Software-Mannschaft auch finanzieren können. Das ist damals logischerweise nicht gegangen. Heute haben wir die Grösse und die Kapitalstärke um das zu stemmen und so ist das halt wie so eine natürliche Evolution in den letzten sieben Jahren, die sich entwickelt hat. Ich nehme auch, das ist auch aus Unternehmensperspektive eine riesige Horizonterweiterung, weil wenn man über das Immobilienbusiness redet, das sind Schweizer Immobilien, da gibt es juristische Beschränkungen, dass das nur in der Schweiz möglich ist. Das Miteigentumsmodell ist auf die Schweiz angepasst. Es wäre sehr, sehr kompliziert, das in einem anderen Land auszurollen. Aber grundsätzlich, die Software löst ja Probleme, Immobilienprobleme, die nicht spezifisch eigentlich nur für die Schweiz gelten, sondern wo man sich eigentlich auch denken könnte, okay, das könnte die durchaus auch Potenzial haben, ja irgendwo anders. Gibt es eventuell, oder ich frage jetzt das einfach stellen als mal in Aussicht, irgendwelche Gedanken darüber, dass man sagt, okay, das Produkt, die Softwarelösung, die muss nicht unbedingt nur auf die Schweiz fokussiert sein, sondern die könnte eventuell auch international ausgelegt Ja, uns ist ja häufig die Frage gestellt worden, oder respektiv am Kopf geworfen worden, ja, wir sind ja nicht das typische Start-up, die in der Regel die Strategie hat, dass sie ab Tag 1 gerade weltweit und international sind, das gehört schon immer wieder häufig in der Start-up-Szene, wo die Leute als Schwäche gewertet haben, wir haben das als bewusste Entscheid hingenommen, weil wir haben gesagt, wir haben die Immobilienkompetenz in der Schweiz, wir kennen den Markt, wir kennen die Akteure, wir haben das Gefühl, wir sind sehr gut vernetzt im Markt und das gibt uns einen gewissen, wie soll ich sagen, einen gewissen Marktvorteil, den wir an den Kunden weitergeben können. Jetzt, wenn du mir sagst, Robert, habt ihr das auch in Deutschland? Muss ich dir sagen, nein, haben wir nicht. Wir haben noch nie in Deutschland eine Immobilie gekauft, verkauft, vermittelt und haben entsprechend auch kein Netzwerk dort. Das heisst, ich würde dir die Frage heute immer noch gleich beantworten, nein, wir wollen nicht auf Deutschland mit unserem Kerngeschäft, mit unserem Immobiliengeschäft. Wenn du dir überlegst, wie viel Geld, wie viel Zeit, wie viele Ressourcen das es würde brauchen, den komplette Setup, den wir hier in der Schweiz haben und auch das Wissen in Deutschland aufzubauen, das geht unglaubliches Geld, das geht Jahre und dann steht eine Konkurrenz von Nutschlaft direkt im Immobilienmarkt und das aufholen ist wahnsinnig schwer. Was wir aber jetzt machen, und das ist genau der Teil, wo wir immer darüber reden, unser Brokerage as a Service, dem haben wir ja auch eine spezielle Podcast-Folge gewidmet gehabt, das heisst, das ist eigentlich der Teil von unserer Software, wo Eigentümer und Makler direkt inserieren und kaufen und verkaufen, das ist der Teil, den wir dieses Jahr nach Deutschland bringen werden. Wir haben eine Marktanalyse gemacht in Deutschland, haben dort den Marktakteuren befragt und sind zum Schluss gekommen, dass die zu 95% die gleichen Herausforderungen haben wie wir. Also das, was wir heute besprochen haben, die Off-Market-Thematik ist ein grosses Thema in Deutschland, aber auch Zugänglichkeit, Transparenz, Ineffizienz von dem Markt ist dort genau gleich. Dann haben wir noch geschaut, gibt es jemanden, der in Deutschland schon etwas macht wie wir und haben wirklich herausgefunden, es gibt praktisch keine Player, die sich ausschliesslich auf Rendite-Legerschaften wie wir konzentrieren, viele machen es noch etwas nebenbei und es gibt insbesondere niemanden, wo alle die Besonderheiten, die wir jetzt gerade vorhin erwähnt haben, so in Deutschland umsetzt wie wir. Das heisst, wir sehen eine sehr hohe Chance, dass unser Angebot in Deutschland mit der Software-Plattform auf gleich grosses, wenn nicht grösses Interesse wird stossen bei Makler, Eigentümer und Käufer wie hier in der Schweiz und darum werden wir jetzt den Schritt wagen und wirklich unsere Software nach Deutschland bringen Ende dieses Jahr und wenn das funktioniert, ist es eigentlich nicht ausgeschlossen, dass wir die weiteren Jahre dann auch pan-europäisch expandieren, natürlich mit der Vision, dass wir eigentlich einen gesamteuropäischen Rendite-Immobilienmarkt haben für professionelle und semi-professionelle Immobilienanleger. Wir haben also einen rechten Teaser gerade gehört, sicherlich die Deutschland-Expansion, Crowdhouse, sicherlich etwas, was Sie noch konkretisieren wird, wo wir sicherlich auch noch darüber reden werden. Das wäre es gewesen zum Thema Off-Market-Deals. Danke vielmals für deine Ausführungen. Eine letzte Frage, wir müssen darüber reden, in dieser Woche passiert. Corona-Lockerungen, ich weiss, wir sind sicher alle sehr froh, ich finde es auch wirklich angenehm, wirklich nur jetzt mal an die Maske denken, wir sollen nur jetzt mal ein Zertifikat haben. Ausgeschlossen, wirklich sehr, sehr positive Neuigkeiten, rein betrachtet auf der Immobilienmarkt siehst du irgendwelche Auswirkungen, die das könnte haben. Das ist interessant, oder? Wo das losgegangen ist mit Corona, hat man ja eigentlich, und das ist glaube ich so eine Tendenz, die man hat, dass man positive wie auch negative Entwicklungen, dass man das extrem überschätzt oder überreizt. Und damals hat es ja geheissen, auch Büros, das geht der Bach da ab, alle werden nur noch von zu Hause arbeiten, und wenn ich heute mit unseren Mitarbeitern da bei Cradas rede, schätzen wir die Flexibilität, die wir auch nach wie vor beinhalten werden, dass wir ein paar Tage in der Woche oder wenn es abgebracht ist, Homeoffice machen können. Dass wir aber auch wieder zurück sein können, im Büro miteinander, uns in die Augen schauen, ein Aperon miteinander haben oder einfach mal gute Zeit, das haben die Leute wirklich vermisst. Die Rückmeldung habe ich bekommen, viele haben gesagt, es ist, es ist für gewisse ein Horror gewesen, die Heimschaffer, oder die, die die Infrastruktur einfach auch nicht hatten, die haben müssen am S-Tisch arbeiten und dann vielleicht noch den Ehepartner und die Ehepartnerin auch und dann vielleicht noch den Hund, Katz oder die Kind, die noch rumschleichen. Für die Leute ist das nicht wirklich gut gewesen. Und, ähm, was wir sicher gesehen haben, ist eine Tendenz, dass der Wert der eigenen vier Wände quasi hat zugenommen. Eben, man hat so ein bisschen entwickelt gehabt, dass wieder grössere Wohnungen gefragt sind, ländlichere Wohnungen. Ich glaube, das ist sicher etwas, was jetzt auch bleibt. Es ist nicht etwas, was verschwindet, nur weil jetzt die, die Massnahmen gelockert worden sind. Ähm, ich glaube aber sehr stark, dass die Leute wieder den Wert vom Büro werden lernen schätzen und den Wert vom sozialen Austausch. Weil, sind wir ehrlich, es hat Leute gegeben, die haben sich in diesen zwei Jahren wirklich einsiedlermässig versteckt. Die haben die Leute nicht mehr getroffen, die haben keine Freundschaften mehr gepflegt. Man ist verängstigt gewesen. Und ich glaube, das wird schon einen Effekt haben, vielleicht nicht direkt auf Wohnligenschaften mehr, aber insbesondere erhoffe ich mir eine rechte Erholung von Gastronomie und Hotellerie. Es wird nicht so schnell gehen, wie man glaubt, aber über die nächsten Jahre, insofern eine neue Variante auftaucht, in drei Monaten, wo es dann plötzlich wieder heisst, alle wieder Masken anziehen und zurück nach Hause. Ich kann dir nur anschliessen und ergänzen, ich bin absolut in der Meinung, das Einzige, was ich noch gespannt bin, ich glaube, es gibt schon Branchen, die wirklich in den zwei Jahren Entwicklungen beschleunigt worden sind, die so oder so gekommen wären, aber es einfach sehr schnell gegangen sind. Ich habe dir das Interview vom Digitec Galaxus CEO sehr, sehr interessant gefunden, der gesagt hat, wir haben eigentlich in dieser kurzen Zeit der Pandemie Entwicklungen, die für die nächsten fünf Jahre Antacht waren, sind jetzt einfach beschleunigt durchgesetzt, was sicher gekommen ist. Andere Branchen, zum Beispiel mit der ganzen Flugbranche, die ganze Businessfliegerei ist einfach extrem wichtig. Inwiefern sich das wieder erholen wird, wird sich zeigen. es gibt auch noch andere Beispiele. Dort müssen wir wirklich abwarten, bin ich gespannt darauf. Ich glaube schon, dass es Branchen gibt, die wirklich nicht wieder zum Status Quote zurückkehren würden, sondern wo sich wirklich etwas da hat. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Danke vielmals, Michael. Schönen Tag, alle miteinander. dass du zuhörst. Den How to Real Estate Podcast gibt es jetzt jede Woche neu auf allen Podcastkanälen und als Webshow auf YouTube. Folgen Sie uns unter www.crowdhouse.ch slash YouTube oder dem Kanal Ihrer Wahl.